Guten Tag! Augustusburg, Tradix. Wir sind da. Ein kleines, feines Rennen. Aber man hätte es ja schon. Ich habe Lust. Ich verweigere euch noch ein bisschen Müde. Mau, äh... Ne, wir haben Bock zu bauen. Die Strecke sieht gut aus, das Wetter passt. Joll! Unsere Freunde von Bay Racing sind auch schon da. Wir begrüßen euch recht herzlich. Dass ihr da seid? Ja, ja. Kommt ein bisschen Stimmung in die Bude. Die Startnummern sind geholt. Falco hat die 31. Ich habe die 30. Und jetzt geht's zum Trackwalk. Wo ist der Start? Ich hab keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wie ging's? Ah, da kommt schon der erste Fenster. Nein, Zwellchen. Bisschen loose. Abfällig. Off Camper. Off Camper, genau. Und dann kommen wir hier zum größten Feature. Der Drop. Entschuldigung. Entschuldigung. Surprise! Zack! Ja, steil das Ding. Und dann gleich andrücken in den Anlieger rein. Musik 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 Tradex, Augustusburg Kleines, feines familiäres Ein-Tagesrennen. Kamera! Klingt aber noch nicht. Doch jetzt, ja. Falko fährt vor, wir gucken mal wie es läuft. Schauen wir mal. Alter! Da geht's schon, los! Willst du ihn gleich fahren? Ja. Woah! Fuck! Ich guck mir den mal an! Ich guck mir den mal an! Zu langsam! Zu langsam! Woah! Woohoo! Let's go! Fuck! Ich guck mir den mal an! 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 Komm, die kommen! Schneller! Schneller! Kameratsch an, ja. Ich hoffe, man sieht es richtig. Alter, der war weit. Habt ihr noch die Kamera an, ja? Seid mal, das sieht ins Gesicht aus, ey, das sah aber brutal aus. Oh, oh, oh. Ey, das sah schön brutal aus, Junge. Alles gut. Mann ey, Kette. Oh, und damit muss man schon mal abpressen. Kette runter. Alles gut. Ja. Scheiß Fortschleinkante. Scheiß Fortschleinkante. Gut, sheiß Fortschleinkante. Come on, Thiel! Thiel! Come, Louis! Heiko, bitte fahrt mein Guter, ich gebe alles. Ich muss gucken, ob ich jetzt oben nicht ankomme. Du gehst durchs Nags durch die Stämme. Naja, du bist zweimal verschissen. Ah. In eurem neuen Waldstück. Das ist anspruchsvoll, ne? Danke. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Jetzt noch. Woh! Oh, die ist hier! Wir kommen zu Siegerland. Wir kommen zu Siegerland. Moment! Na! Le Estelon! Brüte! 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 Ja! Ich habe noch einmal Spaß gemacht. Wir haben uns sehr auf eure Menüs gemacht. Ich hab' noch eine Debatte aber... Schau mal was hier, los! Video Jungs, Video! Wir haben jetzt mal rumgedrückt! Achja! Genau, und die Daunefieber, das sind jetzt offizielle Freunde! Und extra mit drin, extra die Nähe gemacht! Oh! Rockstar Lifestyle! Alter Schöne! Und hat's was gebracht? Na ja, es ging! So, Tradition ist beendet! At least, ist alles heile! Oder auch nicht ganz! Achja, was wir noch filmen wollten! Guckt euch das an! Immer Biber, immer Biber! Ah, genau! For life! Danke an die Druckstube! Danke an die Druckstube! Schöne Käppies! Danke nochmal an Anni und Frank für das neue Pavillon! Hat uns heute echt vor der breiten Sonne bewahrt! Es war doch ganz schön warm! Und dann geht's nächstes Monat auch nach Immenau! Bis dann! Warte! Tschüss! Warte! Warte! Bora! Tschüss! Wir könnenool achars sensitive! Und warten und warten mit nach dem effectivement tym mit Kindernемся, Wir können nicht teilweise rein ou topic! Ich bin der Prophäre der Platz! Das isting dieastung! R數auto! Vielen Dank.